Ziemlich intensive Partie am Anfang, sehr harte Partie von Rapid geführt. Hat euch diese Härte in dem Spiel ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass ihr das nicht umsetzen habt zu können, dem Spieler einen Stempel aufzurufen? Ja, wir waren darauf eingestellt. Wir haben schon gesagt, dass es halt deren Spiel ist, über die Zweikampfführung zu kommen und dann über die Konter. Wir haben es einfach spielerisch nicht gut genug gemacht. Zu viele einfache Fehler. Wenn der Druck hoch ist, dann ist klar, dass man in der Unsauberkeit dabei sein kann. Aber wir haben es dann zu einfach gemacht und ich glaube, dass wir es körperlich angenommen haben. So ist nicht, dass wir jetzt irgendwie zurückgezogen hätten oder so, überhaupt nicht. Aber spielerisch war es dann nicht so, dass wir es für drei Punkte lösen konnten. Wie lässt sich das erklären? Ich meine, es war jetzt eine Länderspielpause und man hat grundsätzlich genug Vorbereitungszeit gehabt. Warum hat man es dann jetzt nicht auf den Platz gebracht? Ja, wenn es immer so einfach wäre, eine lange Vorbereitung und dann läuft alles. Das ist auf dem Papier oder an der Tafel oder im Video, ist vieles einfacher. Ich glaube, dass sie auch sehr gut einfach auf uns eingestellt waren. Sie haben uns gut analysiert, wie wir es machen wollten. Wir sind nicht so in unseren Aufbau gekommen, haben es eben nicht so geschafft, sauber zu kombinieren. Und dann haben sie es dadurch geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen. Und da ist es dann immer so ein bisschen 50-50. Und sie haben uns ja ordentlich bekämpft und da haben wir die Lösung nicht so gefunden, wie wir es gebraucht hätten, um auch viele Chancen rauszuspielen. Lässt sich angesichts des Chancen-Plus-Fontas-Rabit doch gehabt hat, mit dem Punkt positiv wieder nach Hause fahren? Ja, positiv ist ganz klar, dass wir einfach bis zum Ende marschiert sind. Also das muss ich schon sagen. Ich glaube, dass wir ganz am Ende dann noch von Sean so eine Möglichkeit haben, das hätte zum Spiel gepasst, weil wir uns natürlich schon zurückkämpfen. Aber klar, wir haben uns das ein oder andere Mal einfach auskontern lassen. Und müssen wir auch sagen, der Kofi hat da einen, den ich schon leider drin gesehen habe, wunderbar gehalten. Dementsprechend glaube ich, ist das 1-1 in Ordnung.